Hallo, guten Morgen. Willkommen bei unserem Aubauerngut. Ich bin der Rolfgang. Ich bin eigentlich ein Gastgeber aus Leidenschaft. Ich lebe wirklich für meinen Beruf und dies ist meine kleine Pension. Ich verwöhne meine Gäste immer super gerne mit einem super tollen Frühstück. Die sind eigentlich alle immer begeistert. Wie schon gesagt des Öfteren, ich bin heute ein sehr gemütliches Haus. Meine Gäste fühlen sich einfach wohl und sie genießen diesen Ausblick und diese Ruhe bei mir. Was soll ich euch erzählen? Ja, ich habe fünf gemütliche Doppelzimmer. Bis auf zwei Zimmer sind alle mit Balkon. Ich habe zwei sehr schöne Familienzimmer. Eines mit einer Verbindungstür, weil schon größere Zimmer da sind. Und eines habe ich, wo wirklich alle beieinander sind, in einem großen 40 Quadratmeter Raum. 1907 hat dies mein Urgroßvater gekauft und 1930 bis 35 ist neu gebaut worden und 1992 ist wieder neu gebaut worden. Und das ist jetzt das jetzige Haus, was wir jetzt haben, was auch meine kleine feine Frühstückspension ist. Und ich habe das jetzt seit 2006 für Idis Haus mit meinem Lebenspartner, der bei der ÖBB arbeitet. Und ich bin da sehr glücklich und ich mache meinen Beruf von Herzen gerne. Wirklich. So, das ist das Bohnhaus von meinen fünf Mini-Schafen und von meinen fünf Mini-Bonnies. Die leben da drinnen. Beide gehören da bei uns zum Hof dazu. Und die Schafel sind auch super beliebt, weil die Gäste. Das gefällt euch sicher, wenn ihr das seht. Und ich hoffe, dass wir uns sehr bald am Aubauern gut sehen. Und da wünsche ich euch alles Gute. Bussi Baba. Schau Pau. Nein, tchau, bis zum nächsten Mal! Vielen Dank.